Jetzt geht's noch mal... Oh, es geht schon ruhig aus. Oh, das ist der Legend. Also, das ist der Kanzler ziemlich gut. Zu gut. Untertitelung des ZDF, 2020 Ich muss was hören. Du weißt ja nicht, na, langmütige, eintönige Zart. Hey. Was brauchst du? Fallen lassen. Wie viele Kopfschüsse du einschränkst, die Betanze. Blöder, kleiner Mann. Vorne! Ach, wo sind sie? Oh, wen haben wir denn da? Ich wollte heute eigentlich Prust lesen. Und dann wird mir wieder alles ruiniert. Geh dorthin. Dein Wunsch ist meine nachdrückliche Empfehlung. Ich hab da einen Splitter. Du dich zu viel bewegen. Ausschalten. Kanzler. Kanzler. Kanzler ist sowas von... 2077. Hey. Bin dabei. Dorthin. Mal sehen, wie viele Kopfschüsse du einsteckst, Mutant. Da. Ich erledige sie. Und los. Dort drüben. Bin dabei. Weglaufen ist immer eine Option. Ich schieße auch. Versprochen. Los, in Position. Los. Hier drüben. Ich erledige sie. Ich wollte heute eigentlich Prust lesen. Und dann wird mir wieder alles ruiniert. Das ist mal ein netter Workout. 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 Vielen Dank.